So, jetzt geht es weiter mit Hypnotica Velocero Teil 12? Egal. Werden wir dann sehen. Oh, trinken. Ich habe ja vorhin meine Base unter Wasser gesetzt. Mit Absicht natürlich. Jetzt habe ich mal kurz Hunger. Die Fische, die ich bei mir im Aquarium drin habe, die gebe ich mir als Notreserve mit auf. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Was wir haben, haben. Da ist er. Na, muss ich mal kurz auf Kupferjagd gehen. Essen. Aber wir bauen uns doch noch so ein Fahrzeug. Lass dich essen. Das sieht so lecker aus. Los. Jetzt haben wir ihn. Okay. Essen. Trinken. Das ist so weit unten. Trinken. Trinken. Nee, nie totmachen vorher. Ah, dauernd trinken. Trinken. Und Luftschnuppern. Okay. Und ab. Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Okay. Egal. Kupfer. Das ist so. Ja. Oh! Ich hab's gehört. An der Stelle sind wir schon mal zweimal ertrunken. Aber ertrinken. Wir haben durch. Ich hab's gehört. So. Komm mal noch mal. Okay. Noch mal. Okay. Wir wollten ja noch mal so. So entspongen. Schmiermittel haben wir. Batterien brauchen wir. Okay. Wo haben wir die böden Pflanzen? Zwei. Schmiermittel. Schmiermittel. Den müssen wir auch bauen. Wir bauen uns erstmal. Das da. Batterie. Und Kupfer. Was? Mal. Okay. Nimm mal eine von hier. Mal. 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 blödwürge. Ich bin nicht hängiggeblieben. Nein. Wir brauchen uns erst mal die Faserdinger. Schmier. Okay. Hu, hab ich aber Schweiger. Der mag mich. Gibt's den Namen? Helmut. Nein. Egal. Blödsinn sowas. Ab geht's. So, wir müssen halt... Gäste bauen. Los. Hm. Egal, aber für den Kopf reicht das. Kabel-Salat brauchen wir. Ganz normalen Kabel-Salat. So. Okay. Das sieht doch gut aus. Ah, okay. Warte mal, warte mal. Ich muss mir auch was mitnehmen. Und in der Zwischenzeit, da haben wir Strom drauf, so, haben wir hier auch noch, wir haben keine Batterie mehr. Einmal, guck, wo haben wir noch, da können wir noch eine Batterie bauen, und zwei Batterien wären besser. Naja, gut, okay. Und erstmal alles hier rein, was wir nicht brauchen. Das kommt vorne hin, das kommt vorne hin, gesteckt. Ein bisschen anfangs mit dir und so haben wir schon mal. Hm, ja. Das brauchen wir. Das brauchen wir nie. Das gehört hier nicht überhaupt hin. Aber wir haben ja noch Batterien. Okay. Halt. Ja. Aber jetzt. Du nicht. Dann können wir hier alles hinstecken. So. Okay. Aufgrund der Datings brauchen wir jetzt. Doch, wir müssen kurz die Batterie wechseln. Da. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. 100. 100. Echt? So viel habe ich nur gerade mit ihnen gearbeitet. So. Das tun wir hierher. Das brauchen wir nicht. Okay, das tun wir da hin, das tun wir da hin setzen. Oh, sehr verglichen. Die Batterien kann man Menschen wieder aufladen. Warte, wir wollten Kupfer. Kannst du Luft schnuppern? Okay. 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 Dann gehen wir mal hier runter. Jetzt kann man ja tiefer schwimmen. Mit der Tauchermaske verbrauchen wir nicht gern zu viel Sauerstoff. Ja, knallfrech. Fisch. Okay. Dann brauchen wir Grund abmachen. Günstig. Wir brauchen am Sam. Ich hab schon vergessen, was ich sammeln wollte. Kupfer. Sauerstoff. Guck mal. Raushoppen. Wie so ein U-Boot. Buff. Ich muss nur die Meterzahl anzeigen. Also, wie weit die entfernt sind. So, hier ist wieder Mülzy. Ich hatte gerade Probleme gehabt mit der Festplatte, die war voll. Ich hatte meine Festplatte nicht im Blick gehabt. Aber jetzt geht es weiter. Wir fahren nochmal hoch. Wir wollten ja Kupfer sammeln. Ich nehme mich mit meiner M2 auf und da habe ich schon nicht mehr viel Platz gehabt. Egal. Gott sei Dank hat er mir das Teil angezeigt und ich habe darauf reagiert und habe Pause gedrückt. Kupfer. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist doch kein Kupfer, oder? Oder doch Kupfer? Nee. 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 Du, nee. 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 Aber mit der neuen Tauchermaske, muss ich nicht mehr so viel Sauerstoff, wenn ich so weit unten bin. Ist das schön. Schaut mal, was wir da haben. Oh, wie weit kommen wir denn hier runter? Aber Leute, ich hab hier keinen... ... keinen Zabelstoff mehr. Ich müsste das schon... ... anders machen. Uh! Okay, bestimmt ganz tief in der Hülle drinnen, wo wir gerade reingeguckt haben. Dann haben wir hier nochmal Kupfer. Ketal mitnehmen. Ja! Ah! Weil ich wieder alles haben... ... möchte. ... 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 hallo was trinken ach wir wollten eine große batterie machen noch eine noch mal sowas machen okay langsam wieder dunkel es ist Wie ich so räuchte das hier so. Versteh ich nicht. Okay. Kann man nochmal Strom machen. Batterie machen kann. Elementar ist voll. Eins kann man noch. Ja. Wir fahren erstmal. Wir brauchen jetzt Magnetoid. Okay. So. Ein bisschen Energie machen. Die sind jetzt schon voll. Okay. Du musst nochmal auswechseln. Komm mal. Okay. Okay. Da. Die. Okay. Ich denke mal, dass ich schneller bin wie die. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Duft schnuppern. Duft schnuppern. Duft schnuppern. Äh. Da. Da haben wir noch einen. Und gleich mit. Mitnehmen. Mitnehmen. Diamant. Mitnehmen. Luft im Auge halten. 30 Sekunden. Ja. Wir sind unterwegs. Es geht. Fischi Magnet Da Nehmen wir ihn ran Oh oh! Sauerstoff! 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 Ah! Pas namet lewas. Womit main. Esen. Ta. Nares taping. Oke. Tja. Nares. Luft. 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 mindestens zwei holen ich glaube das wird nicht mit zwei holen wir sind so tief scheiß quark haben wir da ich mal gescannt geil ab nach Hause essen hmm So, ich kann nur noch mal erweitern, oder? Reichweite? Reichweite. Okay, das müsste reichen. Okay. Okay, das frisst auf den Strom, habe ich gemerkt. Okay. Essen. Erstmal trinken. So, haben wir noch was, was wir noch brauen könnten? Wir haben eigentlich vor... Oh, guck mal, das hier könnte man noch mal hauen. Was haben wir, das müssen wir da haben, oder? Quarz. Oh, ich muss mehr Strom bauen. Oh, ich muss mehr Strom bauen. Okay. Okay. So. Ich muss noch mal nixen. Ach so, warte mal. Okay. Okay. So machen. Mit hohe Kapazität. Ah, das klingt das gut. Kann man länger, länger und weg sein. Mal gucken. Ist das super. Ist das super. Ah, ist das schön.